ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube, er hat gesagt, wir möchten gerne auf die Fresse Plötzlich alles, nichts mehr wert Wir rassen sie auf Komplett im Dunkeln Angst, Schweiß, Arsch auf Grundeis Du bist Vanille Ich heiße Tiger Denn du weißt nicht, wie man Feuer macht Wir müssen leider eine Taschenkontrolle vornehmen Da habe ich was Haares gespürt Ist sicher, ist sicher Ist auch nichts Warum hast du eigentlich diese komische Jacke ein? Du hast doch gesagt, du sollst eine Strickjacke anziehen Ich habe gesagt, du sollst eine Strickleiter mitbringen Strickleiter? Scheiße Habe ich jetzt nicht dabei Du sollst eine Zelle